Was meinst du, wo kommst du hin, wenn du stirbst? In Hölle. Ich bin Katholik, aber ich brauch keine Bibel. Ja, Urknall. Ja, denk ich auch. Was bedeutet Ostern? Keine Ahnung. Eier, Eier. Man kriegt Eier. Du kriegst Eier? Ja. Man muss Eier, sondern Hase. Warum wir Ostern feiern? Ja. Oder auch Hase, die Eier vorstöcken. Was bedeutet Ostern? Warte mal. Ist das alles? Leon, Leon. Leon, komm. Komm, Leon. Ey, was bedeutet Ostern? Ostern. Ostern. Ostereier sammeln. Ostern. Noch was aus der Ostereier? Ähm, ich glaube, dass... Moment. Ähm, Jesus ist aufgestanden. Ahnung. Ich schätze mal, das ist so eine religiöse Feier. Das ist doch so eine christliche Fest, oder nicht? Ja, aber weißt du auch, was bedeutet es? Nein. Ich glaube, wir feiern Jesus auch verstirbt. Ich hab da gar keine Ahnung. Ich hab da gesagt Geburt Jesus. Keine Ahnung. Ist das nicht die Wiederauferstehung oder so? Ah! Das war sogar richtig. Ey, da schauen wir schon mal her. Ey, ich sehe gerade, du hast hier ein Kreuz. Das ist nur für meinen Opa. Ich glaube nicht an Gott. Ey, die Geburt von Jesus. Also nicht die Geburt, sondern die Auferstehung von Jesus. Ah, okay. Ey, ich hab echt keine Ahnung. Also... Ich mach das nur für meinen Neffen. Okay. Aber du glaubst nicht an das Kreuz, oder warum ist das Kreuz dann da? Das ist für meinen Opa einfach nur, weil er verstorben ist. Ich selber glaub leider Gottes an eine andere Seite. Aber weißt du, was das Kreuz sonst bedeutet? Nein. Weißt du, dass Jesus am Kreuz gestorben ist? Ja, das weiß ich. Das weiß ich. Also so viel Schulbildung hatte ich dann doch. Ja, ja. Bei den anderen war es nur wie Eiern, ne? Ne, ne. Also so viel Schulbildung hatte ich dann doch. Okay, okay. Und glaubst du daran auch? Nein. Wir feiern Ostern, weil wir die Auferstehung von Jesus feiern. Sehr schön. Vor Ostern gibt es noch einen Feiertag. Wie heißt der? Drei Tage vorher? Äh... Halb Sonntag? Fast. Aber drei Tage vorher. Also, ich geb mal einen Tipp. Es ist nur ein Freitag. Karfreitag. Aha, okay. Sehr gut. Was ist an Karfreitag passiert? Boah, keine Ahnung. Äh... Karfreitag ist... Karfreitag ist... Karfreitag ist Jesus Christoph, glaub ich. Ah, okay. Wurde gekreuzigt. Ja, genau. Super. Du wusstest noch nicht? Nein. Aber jetzt weißt du es. Ja. Glaubt ihr auch alle daran? Ja. Glaubt ihr daran, dass Jesus gestorben und auch verstanden ist? Ja? Gestorben, ja. Und dass er auch verstanden ist? Nein. Glaubt ihr das nicht? Nein. Wir sind Alhamdulillah Muslime. Wir glauben sowas nicht. Alhamdulillah, so ein Moslem. Ah, okay. Alhamdulillah. Wisst ihr auch, warum er gekreuzigt wurde? Ähm... Was ist das? Wisst ihr auch, warum er gekreuzigt wurde? Ähm... Ich meine, der hat irgendwie eine Straftat begangen. Oh, okay. Nein. Nein. Ja, ja, ist okay. Äh, ich hab dann noch eure Meinung gefragt, ne? Du weißt es nicht, oder? Nein, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich bin Katholik. Aber ich brauche keine Bibel. Was denkt ihr, wenn ihr jetzt sterben würdet? Das ist ein bisschen direkt die Frage, ich weiß, aber es ist ziemlich entscheidend. Wo würdet ihr hinkommen? Im Himmel oder in die Hölle? Äh... Das ist eine gute Frage. Also... Man hofft natürlich auf den Himmel. Schwierig. Sehr schwierig zu sagen. Was meinst du, wo kommst du hin, wenn du stirbst? Hölle. Warum? Zu viel Scheiße gebaut in meinem Leben. Äh... Glaubst du, dass es einen Ausweg daraus gibt? Ja, bestimmt irgendwann mal, aber für mich nicht mehr. Kennst du den Ausweg? Nö. Wie soll ich dir denn sagen? In die Kirche gehen? Nein. Wer ist denn? Das Kreuz hier hat eine große Bedeutung dafür. Ja. Guck mal, wir feiern, an Karfreitag feiern wir, dass Jesus gestorben ist. Und am Ostern, dass er auch verstanden ist. Weißt du warum? Weil wir alle haben Mist gebaut. Nicht nur du. Ja. Und wir alle haben eigentlich, so sag ich jetzt mal, die Hölle verdient. Genau das. Ja, gut, wenn man es da nachnimmt, ja. Ja, ist so. Guck mal, es gibt keiner... Jeder hat es schon mal gesündigt oder sonst was. Richtig. Jeder hat es schon mal gesündigt, ne? Aber Gott hat einen Heilsplan. Selbst Gott hat einen Heilsplan gegeben. Er hat gesagt, okay, ich gebe euch meinen Sohn und er wird anstatt euch, eure Schuld, wird er sterben. Am Kreuz. Und ist dann auch verstanden. Du wolltest noch irgendwas sagen, ne? Ja. Ich weiß selber noch nicht was. Wir schauen mal. Ich will sagen, Jesus Christus ist das Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater außer dich. Amen. Halleluja. Seid ihr echt wiedergeborene Christen? Ja. Krass. Endlich mal. Ich glaube eigentlich nicht an Himmel und Hölle. Ah, okay. Aber du glaubst an Gott? Ja. Also ich glaube nicht an eine Hölle, aber ich glaube schon an ein Paradies. Also an das Gute glaubst du, aber nicht an das Schlechte? Glaubst du, dass der Teufel existiert? Den Teufel, ne. Okay. Glaubst du, dass es Gutes und Böses gibt? Ja, das schon. Ja. Kommt das Böse von Gott? Nee. Also von wem? Von Teufel. Ich glaube nicht an den Teufel so an Personen. Nein, nein. Also nur an die körperliche Person. Glaube ich nicht. Nee, ich auch nicht. Nee, nicht an so eine Person wie wir. Dass er jetzt mal hier hinkommt und mit seiner Mistkabel und so weiter. Daran glaube ich auch nicht. Nein, nein. Natürlich nicht. Weil, guck mal, Gott ist Geist und der Teufel ist auch eine Form des Geistes. Ne? Also ist es nicht so Fleisch und Blut, wie wir das kennen. Ne? Das ist schon so eine geistliche Dimension, ne? Hast du mal Bibel gelesen? Die Bibel? Ja? Ne, aber ich bin auch konfirmiert und so. Deshalb habe ich ein bisschen... Du bist konfirmiert, aber nicht gläubig? Nee. Also ich habe mich damals konfirmiert, aber mittlerweile, weiß ich nicht, identifiziere ich mich damit nicht mehr. Okay, und wie sieht es bei dir aus? Ja, ich bin auch, aber ich bin auch nicht mehr gläubig. Glaubt ihr an was anderes oder an gar nichts? An gar nichts. An gar nichts. Ich auch nicht. Und wenn man so überdenkt, so denkt, ja wie ist die Welt entstanden? Ja, Urknall. Ja, denke ich auch. Also glaubt ihr an den Urknall? Ja. Also habt ihr doch ein Glaube? Ja. Dann glaube ich an die Wissenschaft. Ah, okay, okay, okay. Aber so mit dem Thema Urknall habt ihr euch noch gar nicht auseinandergesetzt, ne? Jetzt nicht wirklich, ne? Im Unterricht war so ein bisschen irgendwas mitgekriegt, aber... Wenn ich euch jetzt zum Beispiel die Frage stellen würde, was war denn vor dem Urknall? Was würdet ihr dazu antworten? Nichts. Genau. Kann etwas aus nichts entstehen, würdet ihr sagen? Ja, ne, eigentlich ja nicht, aber... Ja, genau. Also kann es dem Urknall auch gar nicht geben. Wenn vor dem Urknall nichts war und dann plötzlich kam ein Bang und dann war das ganze Universum da, allerdings schneller als Lichtgeschwindigkeit, was ja auch unmöglich eigentlich ist, ne? Physikalisch gesehen, würdet ihr sagen, ey ne, das geht ja gar nicht. So ist es einfach, ne? Weil, ich sag mal so, die Theorie, die basiert sich auf irgendwie, okay, es war einfach mal was da. Aber was davor ist, keine Ahnung, ne? Ja. Ich glaube auch nicht, dass Jesus mal gelebt hat. Also für mich ist das Quatsch. Also ich würde sagen, es wurde einfach irgendwann mal erfunden und keine Ahnung. Ah, okay. Und in welchem Jahr leben wir jetzt gerade? 2024. Und dann heißt es dann noch und selbst ungläubige Geschichtsschreiber sagen, dass Jesus mal existiert hatte. Und dass die Kreuzigung und so alles stattgefunden hat. Also gut, wenn man sich ja ein bisschen beschäftigt, dann weiß man was. Aber ich merke schon, euch interessiert das eher gar nicht. So würde ich euch jetzt mal einstufen. Euch interessiert das einfach nicht. Ihr wollt damit einfach nichts zu tun haben. So quasi unterm Teppich bisschen kehren und fertig, oder? Ja. Kann man so sagen, ne? Also großes Interesse war jetzt auch nicht da zu wissen, was ist jetzt wirklich die Wahrheit. Ne, ne, eigentlich nicht. Wisst ihr, dass es eine Sicherheit gibt, dass ihr auch jetzt schon wissen könnt, dass ihr in den Himmel kommt? Wisst ihr das, dass man sich sicher sein kann? Zum Beispiel, ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt sterbe, dann komme ich in den Himmel. Ne, weiß ich nicht. Das wissen wir auch nicht. Dann wusstet ihr nicht, dass sowas gibt? Guck mal, habt ihr schon mal die Bibel gelesen? Witz gern, aber nicht ganz durchgelesen. Guck mal, Jesus hat ja selbst gesagt, also wenn wir an die Bibel glauben, dann glauben wir ja an die Bibel, ne? Und Jesus hat dort gesagt, dass wir die Sicherheit haben können, wenn wir an ihm glauben. Wenn wir ihn als unseren persönlichen Erretter annehmen. Wisst ihr, was das bedeutet? Jesus als seinen Erretter annehmen? Oder Bekehrung, schon mal sowas gehört? Bekehrung, ja, aber ich weiß nicht die Bedeutung. Wisst ihr, dass Jesus Gottes Sohn ist? Ja. Okay, sehr gut. Was muss von unserer Seite aus kommen, dass Gott uns vergibt? Wir müssen um Verzeihung bitten. Wir müssen unsere Sünden wieder gut machen. Und das Nuss vom Herzen kochen. Habt ihr eine Bibel? Nein. Wollt ihr die haben? Zwei Stück? Guck mal, hier. Und? Oh, danke. Möglichst du für alle? Ja, nein. Ein für dich noch. Ein Kreuz dabei. Das Kreuz ist verkehrt. Oh, danke schön. Bitte schön. Danke schön. Habt ihr die Bibel zu Hause? Ja. Darf ich dir eine geschenken? Wenn du das möchtest, gerne. Ähm, äh, okay.